Okay, wir brauchen ein Heli. Ja. Ich muss noch eine, äh, lass mal plassen, da ist ein Heli und da gibt's auch so eine Hundehütte. Die, die, ich muss noch eine zerstören. Ich muss woanders hin, ganz woanders hin. Oder warte? Ich guck mir das jetzt einfach mal. All hier hab ich hier. Fortnite-Aufgabe, lass dich in Stimmy Stax hochbefördern. Tim, Mistax. Na moin. Da muss ich aber los. Digga, du bist so ein Bastard, mach die Scheiße. Oh, oh. Diesmal wieder aus dem Spiel Fortnite und morgen haben wir die neuen Aufgaben draußen. Und dann gibt's die Aufgabe. Benutzt eine Ziftlein, Stimmy Stax und einen geheimen Durchgang in einem Spiel. Nun, wo sich die Seilbahn befindet, sollte klar sein, diese ist von Grotto bis ganz nach hinten zu Stimmy Stax. Benutzt diese einfach einmal. Und ihr habt nur Aufgabe 1 und 3 erledigt. Und dann könnt ihr euch auch schon weiterhin zu Stimmy Stax machen. Und dann müsst ihr einmal diesen Windkanal benutzen. Habt ihr das gemacht? Nummer 2 von 3 erledigt. Von Stimmy Stax mag ich immer zu diesem Lastwagen hinfliegen. Und da könnt ihr euer Schild bzw. eure Kondition nachfüllen. Das Ganze geht ziemlich schnell und einfach und ist ziemlich nützlich in einem Spiel. Nun, wie auch immer. Und diesen Lastwagen hier könnt ihr einfach einmal geradeaus rennen, bis ihr diese Toilette seht. Da gibt's übrigens auch diesen großen Stein, der euch sehr viel mitgibt. Zerstört den und benutzt anschließend diese Toilette hier. Toilette? Er sagt Toilette. Toilette, Bruder, aber er kennt sie nicht. Also komm. Puh! Du planst die Toilette. Upratwust! Haa haaa wie ist was ich gemacht? Was war ich gemacht? Puh! Häh! Tum! Tum! Alle Abonnieren! Hecht! Haha! Häh!! du hast du drauf mit deinem Lachfleisch. Ja. Du bist so traurig. Hallo Leute. Hallo Leute. Ich hole mir jetzt ne Roly, ich hole mir jetzt ne Roly, mein Mann hat sie mir doch nicht, das war alles nur ne Story. Ich mach' nur Ruhig. Ich hole mir jetzt ne Roly, mein Mann hat sie mir doch nicht, das war alles nur ne Story. Und zwar lande ich mit 4 4 und auch das mit dem Geheimgang habe ich schon nicht zu dem Ort die Nein was mit dem oder was ja war mein Rom befördern und dann dann nur scheiße ich mach hier mal wieder erstmal müssen wir da hin oder halt einfach eine selber benutzen hier ich werde jetzt D hier benutzen also du hast Jim wieder gestartet jetzt sogar ja so Nummer 1 haben wir dann ist bei dir auch Nummer 1 hey ich hab mich voll erschrocken Klaver ich höre sogar schon ich hab mich voll erschrocken oh ja okay ja okay scheiß auf ich machs jetzt in mein Status ja okay alles für die Klicks oder stell aus dass Mika dein Status nicht sieht wie geht das äh du musst auf äh diese drei Punkte die Richtung sind ja einstellungen ja ja irgendwo auf jeden Fall Privatsphäre oder sowas ähnliches Freunde einladen, Chat, Benachrichtigung, Account Account ja Datenschutz, Sicherheit, Verifizierung, Nummer ändern, Account Datenschutz ja Status was steht da denn Status ja meine Kontakte außer da gehst äh Mika außer Mika 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 ich hab'så fertig die Aufgabe hmm warte mal kurz du musst einfach bei Steemit Stacks einmal hochfliegen I think you're not klick mal bei denkst du hoch habibi warte und dann musst du hier hinfliegen Ich mach grad den ganzen Jahr rein Ich hab ein Heavy Sehr gut Mein Kanal Oh mein Gott wie geil Mein Freund guckt uns jetzt zu Ja Unser Freund, also mein Kumpel Nice Hey wie schnell antworten die Oder Ich hab Kontakte, du weißt nicht Ja Anscheinend weiß ich nicht Guck dir jetzt wirklich zu Er soll abonnieren Aber ich hab schon die 5 Abonnenten geschafft und hab schon die Abfahrlosen auf mich zu, Leute Ja, guckt uns zu Rizzi Loll Rizzi schreibt mal was Wo muss ich jetzt hin? Da wo ich markiert hab Also du musst erst hier mit hochfliegen Hm Und dann musst du ganz genau hier füllen Und dann musst du kurz die Toilette benutzen und dann bist du bei mir Ja Jetzt kommt uns keiner mehr zu Mann ich fühl mich langsam verarscht Langsam der Gewinne kann man nicht mal fünf Stunden Ja Wo kommt der ich die Abonnenten Ja Es 2 Weil es muss ein wird So zu leckend fliegen und die benutzen Die Toilette Wo sind die Toilette? Ach, dicker Metal Da Hast du jetzt wieder diesen kleinen Bildschirm Ah, Louis, dicker Haha Hab's fertig Hab's fertig Und ich Und ich Wo bist du Metternight hat geschrieben, aber er ist wieder offline gegangen Der Hund so Nein, Spaß Leute, alle abonnieren, weil wir heute die 10 Abos kriegen Auf den Knacken kommt ein Verlober auf euch zu Hahaha Ich spöre davon was richtiges, heftiges auf euch zu Digger, was denn anmachst du? Digger, was denn anmachst du? Digger Wunder Wir haben mich schon ein Dreh wie uns Und Ah, kein緩 abonnieren wird zu meinen Lachen wo Gott über hofft ich mal zu kippen die Freunde von mir ehrenwert auch mann geht nicht wird hier oben eben noch die Kisten Minuten oder die Kiste auch das ist eine blaue Kiste oh oh ein hat sich snipen ok auch Mann was kommt? keine Pistole eine Pistole wieder typisch Niklas das konnte wieder nur safe mir passieren eine goldene Pistole in all die Aftik ohne mich da ist der Ball, siehst du sie? oh alter da hat der gebaut ich sehe den warte können wir kurz tauschen ja ich kann nicht rein doch jetzt attackieren dass ich sie sehen kann attackieren attackieren ich muss sie sehen oh ey ich habe den Headshot gegeben er hat kein Schild mehr oh 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 komm ein hat der Heavy oder so ey dicker ich bin nicht mehr die Pär die Pär ich bringe mich um ja bringe ich um mein Spaß hier auch die Papier ich muss selbst nicht kommen und damit gut ja richtig gut zuerst geläsert jetzt gemerkt Obo das hat in Kanadien junger Gott oder was ich bin er hat nur richtig machen Europa die Karte vor Ort wieder ist er hat wieder er wieder schild der Handwerker er hat Angst eine Hälfte war das war schon kritisch kann ich mir das Mädchen vielleicht können so ich habe noch ein Bild hast du unbedingt ein Mann ich habe 44 ich habe ein bisschen der eine gewisse Anwälte es hat zwar ein Punkt wie sie jetzt hast du schon mal also 289 mit allem nicht alles sonst noch ankommen schien man zu den Heli lebt noch oder man will wusste doch schon die Klinik die Klinik die Klinik die Beleiterin der Städte den Klinik Gott der Böck der Böckner er hat mich abgibt er hat er hätte mir er hätte ich habe sie mir und schild aber auch fertig das ist ja auch vor allem jetzt hier wenn er hat er von mir und er hat sich ja bei dir ist ich bin die Kiebke die Kieber ich brauche noch ein bisschen ich bin hier kaputt nun leiten die Gäste zu kommen das war so klar immer wenn du sagst du kommst du kommst du kommst ich habe eine da und dann ein Ding reich die haben nein das meinetwegen was denn auch so hat die schnauze du bist und ich sehe manche den mann wird jetzt mal dunkel 19 uhr ist immer noch nicht dunkel stimmt bei mir schreibt auch die sachen ja bei mir ist alles bewegt hast du blaue tag eine grüne hast du nicht hast du eine blaue tag ja ich habe mann grün soll auch das hat sich jetzt in vorn am Abend und wird untergefallen abend gibt man es im Netz er ist schwer und jemand liegt mit unserem Handy heim der Hälfte haben ihn kaputt gemacht abstands los mit weiter auf ich werde ja auch reich doch und sein ja klar niemand bekommt Schaden die Leben noch eine Million bekommen hat eine Hälfte wenn schon tot ja einer das ist meine Hälfte das ist ein bisschen die Hälfte jetzt habe ich 161 Monido guck noch mal weg Pussis und hier ist nur einer er wie viel Moni hast du 135 161 zu ihm sonst geschossen der Helis haben auch so perfekt viel Leben der Gastmacht aber ein hat der Schild ja wer sind ich bin nach er geht ab und auch nicht die Schnauze nicht gut gehettet um Ruhr auch der Ego für die Leben ja und er mich hat er liebt bei einem Menschen ich habe mir nicht noch zwei auch wieder du bist so intelligent wenn ich werde noch mal gesniped ich bin nicht so nahm bei der gesamte Kuppen und sondern ich gehe nicht pushen ich auch nicht man muss man sich alleine er wird nicht mehr gesniped und was mit geschließende Wetter der den Post gesniped ich werde ich das ist mehr ja das ist mir passiert immer so eine Scheiße gehen genau da wo wir am Anfang die Mütze haben auch von Köln und Köln noch direkt da bleiben und ich wieder ab auch das ist ein bisschen der gibt ja auch ich habe schon episch über die jahre wir haben schon so viele Beleidigungen gemacht werden als Schuss 50 Zeugs das Mäger und sind was und dann soll er schon wieder bis weiter spielen guck mal an die Bau anhand von sich gegen die Zunge ich habe kein Bock auf den Nachmittag mit dem Unterbau das war immer so gut im Grunde schießen er war nicht unendlich nicht mehr hat dann ja Rettbewerb mit dem Traum ab dann geht's los Rekord als hat nur 148 Städte und schluss es ist nicht nur so viel über die Hälfte von mir gehen da mal weiter ja das ist doch gut und noch ein Stahl die Gäste das leistungsvolle da ist ein Ding es ist eine die Marken Schau mir den Lootrop. Aber hier ist XP! Das ist mega. Der ist immer noch nicht dunkel, wen wollen die denn verarschen eigentlich? Prankbrows hier irgendwo? Im Himmel, ne? Prankbrows? Verdecken die Sonne auf Prankbasis. Ja, ich merke schon. Kann ich den Lootrop? Die Huren sind. Noch ein Strike. Oh, hat mich schon wieder Ghosts gegeben. Oh, mein Gott. Noch ein Strike. Noch ein Strike. Was? Das Jumper, ne? Ja. Ich hab aber keine Heavy. Ich hab die beste Idee auf Erden. Wir laufen gegeneinander. Ja. Oh, wir hätten die grad so Double Heavy at Sapato. Äh, weiß ich auch eine Heavy at. Double Heavy, oh mein Gott. Ja, wir hätten. Hättest du einen, verstehst du? Nein. Du bist kein Deutsch. Nein. Wer guckt mir eigentlich die ganze Zeit zu? Mir guckt gar keiner zu. Irgendwann so ein Strike. Strike. Äh, über mir direkt links im Haus. Ja. Ja, dann komm auch schon wieder. Nein, beide auf mich mit Heavy. Ja. Ja. Ja, die kommen, ne? Guck mal, wo ich bin. Soll ich zu dir kommen? Kommt zu mir. Schwimm unten. Ich will doch. Schwimm unten. Wo denn sonst? Wo denn sonst? Oben, oder was? Ja, dann glaube ich keine Hölle schwimmen. Deutschlehrer auf einmal, oder was? Das ist grammatikalisch falsch geworden. Strike. Einer Laser bekommen? Ja. Ich hab noch einen Jumpit. Das ist eine One-Shot. Gib mir mal einen Jumpit. Gib mir noch eins. Gib mir noch eins. Das noch ein Experiment. Ich brauch's. Ah, pass auf, er hat ein Heavy. Oh mein Gott. Ah, die sind genau vor uns. Sag das doch. Bist du behindert? Hab ich nicht markiert. Boah, er ist so dumm. Er sieht mich nicht. Er ist gleich Booth, Headshot weg. Oh, die werden noch gesendet. Komm doch noch welche mit Minigern. Er kann mich auch irgendwo noch irgendwo. Ach du Hurensohn, ja. Oh mein Gott. Scheiße, Digga. Guck mal links. Ich hab'n Ghostit kassiert. Guck mal links nach oben. Digga, seid ihr behindert oder so? Guck mal, die alle auf uns gehen. Hast du ihn, hast du ihn gerade gediggert? Strike. Ja, Digga. Ich hab' auch einen. Er hat mich gesniedet, aber ich ihn auch. Lol. Wir haben uns gegenseitig gesniedet. Nein, gestriped. Verstehst du? Ich hab' noch'n Jumpit. Weißt du noch'n Madkit? Ja. Hab' ich. Ähm, hier. Oh nein. Oh nein. Bau, bau bitte. Bitte, bau. Kann ich dir vertrauen? Ja, kannst du. Glaub' er nicht. Doch. Ich bin gleich fertig, nur drei Sekunden. Bau! Nein! Das gehört den. Das gehört den. Oh mein Gott. Ach, Digga, das kann nicht wahr sein. Hab' er noch? Der andere ist auch One-Shot. One-Shot? Der hielt sich, der hielt sich hier. Er finischt mich. Er steht bei mir, er hält ihn. Er hält ihn. Ah, ich bin tot. Fuck. Ja, schön. Ich geh' Resumei zu den Streams. Ja, gerade. Mit Niklas. Ich spiel' dir Duo? Ja, willst du mitspielen? Ja, ich spiel' doch Duo. Ja, du kannst doch mitspielen. Nein. Ach so, wegen Stream, weil du nur einen krassen brauchst. Habe ich schon, alles gut. Nein, Spaß. Ja, komm. Aber erst, ob ich dein kreativ Zeug machen lass, bin Broke. Ja, Niklas, wollen wir gleich kreativ spielen kurz? Nikla, warum musst du jetzt mitspielen? Lass ihn doch. Ach, schon mal. Hat er mich wieder gestimmt? Nein, hatte nicht. Niklas, wo sind die? Nein, hat er nicht, deswegen, äh, herrschlich, wahr? Mö. Wo ist der Niklas? Niki? Niki? Ja. Jerry meinte, du bist richtig ehrenlos. Warum? Ich hab doch gesagt, er kam mit, ich bin, er wollte aber nicht. Er hat geschrieben, kein Bock. Aber weiter, er gebe ich, du gehst auf oder so? Oder bist du wieder... Ja, ich bin aufgegangen. Ich bin aufgegangen, dann bin ich wieder ongekommen und dann habe ich gesagt, Jerry, komm auch rein. Er hat gesagt, nee, kein Bock. Digga, was ist das für ein geiler Skill, Meister Minotaurus. Was ist das? Pust dich doch, Digga. Augen geh ich eigentlich pushen, Digga. Oh, Niki, ist das ein Season 1-Skin wie der Brenner, weißt du? Oh mein Gott. Abtönige, 800 wie was. Es tut mir so leid für die. Ey, Mann. Mit Minigun. Elektroshuffle ist wieder drin. Ey, hast du einen YouTube-Kanal? Ja, mit Niklas. Ewwig. Wie heißt der, er abonniert euch? Oh, Niklas, er abonniert uns. Mika, ab 10 Abonnenten kommt eine Verlosung. Ja? Ja. Eigentlich. Digga, wir haben schon vier. Abonnenten, mach Verlosung bei mir. No, where is about to go. Niklas, bist du noch da? Hallo. Vicky, was ist mit Jerry? Er geht nicht ran. Keine Ahnung. Schreib, warte, ich schreib ihn. Ich rufe ihn die ganze Zeit an. Es knigelt. Junge, ich schreib Carrie. Grüße gehen raus an Gewürz, Carrie. Der war schlecht. Bruder, ich wünschst du für 70, Bruder. Du bist für 70, Scheiße. Du bist für 70, Bruder. Du bist für 70, Bruder. Du bist für 80, 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 Bruder. Er sagt, Derry! Komm schon in Polskie! Warum? Ich weiß nicht. Was hast du gemacht? Ich weiß nicht. Soll ich fragen? Nein. Warum hast du nicht? Nein, 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 nein. Ich weiß nicht. Wurke. 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 Haste scheiß geworden! Nein. Jaja... Jaja... Jaja, ich gehe von deinem Freund in die Partys! Ein Jahr... Jaja... 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 Niklas komm auch hast du ihn gekickt? nein er ist in eine andere Party gegangen und lädt mich ein 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 tja du schreibst einfach tja du schreibst Geht der einfach raus. Kuhnton in der Woche der uns ein zu machen hatte schon aus dem Schrein die 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 Spieler er war aber mit dem es 19 16 ist immer noch nicht dunkel für mich verarscht ich bin des teams dort er wird sich die kürze rund um das zu schreiben schrecklich aufgaben noch mehr Was fehlt hier denn? Soll ich mir auch meine Aufgaben aufschreiben? Äh, warte, ich kann deine auch mit aufschreiben. Ich hab die genug, ja. So. Ich hab die. Ähm. Zerstören. Goodbye. Die. Äh. Mit. Tanks. The. Rig. Ähm. Waffen. Up. 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 Wer ist das in unserer Gruppe? Upgrade. Upgrade. Up. Ja. Up. Up. Das ist locker so ein Upraider. Upgrade. 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 Mein Gott. Ähm. Was gibt's hier noch? das ist so ein und kein der weiß ich als Schien ich weiß wo das ist hier um dann noch das so kann verlaufen sieben nun die Muli ich kann ich schreien nun mit Artikel da die Vorwürfische die 4 für Schülern an die Schichtschmerzen Soll ich die meins sagen? Ja, sag mal drei oder vier. Ich brauche eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Aufgaben. Elimiere Gegner bei Salty Springs oder der Yacht. Mach mal Gruppenhilfe an. Geht nicht. Man kann keine mehr anmachen. Echt nicht? Nee. Eliminiere Gegner bei der Yacht oder Salty Springs. Motto Kids bei Salty oder Salty ist eh besser. Fügegegner Schaden zu während du um einen Hubschrauber fliegst. Schaden im Heli. Schaden im Heli. So, dann muss ich. Besuche die Schiffbrucht, die Yacht und den Zapplerteusch. Schreib Schiffbrucht, die Yacht und den Zapplerteusch. Vermeide Schaden mit einer Klongranate. Vermeide Schaden mit Klongranate. Ja. Botscha. Überlebe ein mindestens fünf... Das weiß ich. Es ist Fische... Um Kondition und Schilde zu erhalten. Kondition von Fischen. Fische essen. Ja. Ja, okay. Noch was? nein das sind alle meine aufgaben also kills bei salty sollst du eigentlich sie allein geschaffen ja schaden im heli denn nur das können wir nur ein duo machen das machen wir später schiffbuch dann kannst du ja schon mal bei der yacht auch landen naja ich kann es nur külz bei salty yacht oder halt die ganze mission ich weiß nicht wo sie sind und für schätze machen ich glaube nicht dass jemand im gruppen keine dings benutzt er kann zugleich mord kai und abriss schien markieren ja ich weiß wo man kann es dieses operieren weiß ich bin ich mir nicht sicher ja egal und kai geht auch ja wir kommen beide heute noch 80 er hoffe ich also wenn nicht der dann weiß ich auch nicht mehr dann sind wir hohen sind ich weiß nicht wie manche jetzt schon level 200 sein kann ich werde nachher noch brotten ja weiß nicht habe ich mal geschrieben sie hat es noch nicht gelesen ein und ein stück ist heute nach Hause was man nicht mal durch den rum ich will nachher dann noch zu sagen was das oder natürlich und dann bei einer markt und die kennenzulernen das war so wenn ich ins Brunner ist gut ich weiß mal auch immer deinem Krieg um auch hier mal ach das ist wahrscheinlich der große hier oder das Jahr egal ich gehe erstmals heute hier achten welche welcher der Flüchtlinge macht was was der andere da oder da einfach mal da ja hier weil hier habe ich noch nicht aufgedeckt ich sehe auch schon wie so ein Kai aus Alter Kai Uwe aber wo ist auch das Schien da müsste doch auch und von Schiette sein aber ja das ist hier glaube ich sogar ja da ist eine kleine Hütte auf jeden Fall aber ich bin ein Genie sagt dass ich ein Genie bin ich muss Pipi oh Mann mein Teamklar unser Teamklar oder alle meine Waffen Kappa kann ich gleich äh du bist jetzt bei Schott Nein Korki Hä? Nein Korki Achso ok Korki ah ja Kumpen folgt und er jetzt nicht angeblich oder auch Korn wird bekommen die Aufgabe er später und der Kassel und die aufgabe kommen die aufgabe erspäten Prozent er kommt schon so war es jetzt auf den ganz großen Berg war auf den höchsten Weltkopf wo ich bin auf jeden Fall ist es eine ganze Karte aufgedeckt ja da muss ich bekommt und kommt dann müssen wir eigentlich später doch hier ist hier ist ein Schieber an ich folge einfach diesen Sachen Prozent die Karte woher hast du die Pingu Bauer Baller und ich habe immer noch okay ich glaube auch heißt doch da oben und die du es um 10 wer ist es nicht drauf schreibt mich doch nicht geschrieben ich habe doch geschrieben kommen wo doch geschrieben ist kommen und warte ich gucke mit der sachen er weiß doch bestimmt die gleichen tun ich krieg gleich youtube strike ich bin jetzt auch geschrieben ich habe ich habe geschrieben kann zu zocken er hat mich nicht nur auf dem hau 17 51 hübschen schreibt er wieder schreibt er wieder ich habe die geschichte geschrieben jahr ist schließlich ist ihnen gerade und vertreten mit den auf YouTube immer schon vier Abonnenten bei zehn Abonnenten konnten ich habe eine krasse Verlosung auf euch zu ich bin schon Level 75 gerade okay wieder bekommt man das erst am Ende oder ich bin einfach nur Behörde Tobi wir hatten heute Nerven Alter weil warum machst du das nicht raus diese Anzeige rechts das Schwarze weg ist da so vollbildschirm keine Ahnung ich finde es also ein voll gut ich bin das war aber nicht dem er weiß ich wie das geht ich weiß wie das geht doch er wie Lack Bruder mein Leben für mich voll abfacken wenn dieser schwarze Bildschirm dann geht das Auto wie gut mit Zug ich bin wieder rausgegangen mit der Vorhinein der Vorhinein so Abonniere uns zehn Abonnenten und Koppel zuletzt ja überhaupt nicht in der Köln bei zehn Abonnenten kommt zu suchen da kommen wir können bei zehn Abonnenten kommt die Uhr ja er wird mit der Schilder Prozent 20 mal die meinte gelegt mehr das kommt ab 100 Abonnenten ich verlose 3 Euro PaySafe Oha, übertreibt Sieglas, lass unser ganzes Geld zusammenkratzen für eine PaySafe Nein, für ein Stativ und Kamera von... ja Unser ganzes Geld zusammenkratzen für eine scheiß Müller-Milch Das sagt Niklas extra nur, weil ich heute mit ihm telefoniert habe und eine Müller-Milch benutzt habe für das Stativ Das war heute Das war heute früh Nein, das war gestern Das war heute früh, du Hohensohn Du bist ein Hohensohn Deine Mutter ist ein Hohensohn Ich weiß Strike, strike, strike Ja, nur noch strike nach unserem Kanal Wir werden gebannt Wir werden verbrannt sogar Strike Kobi, guckst du uns gerade zu? Nein Und jemand guckt uns zu, wir haben wieder ein Zuschauer, Alter, ach du Scheiße Abonnieren 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 Ich halte dich schon mal aus Ich hab mir das gleiche Abonnieren Prozent 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 der ist so klar Herr Koppel und so denn der Schulhof soll mal einschreiben ein jetzt ist ein Mädchen Decker direkt Stream aus 3 2 es ist gewesen oder Luis und dann machen die Schnauze ist eine Mann strike wenn man kann es auch sehen im Status ja und der Vorsicht ist wirklich Digger wie die direkt übertreiben wie so größte Sweater oder was ne ich lande ich lande ach Digger dreh dich halt noch mal auf die Karte halt Schnauze ich guck auf die Karte den richtig strike ja man Digger zieh mit wir machen Weltrekord Digger du nimmst nicht den Biggie weg für jeden strike ein einmal holen für jeden strike ja für jeden strike ein strike ich hab da noch Digger wir gehen oh du bekommst einen strike strike Digger auf die Leute schießen auf mich raus ich bin sehr schlecht ach du scheiße guck mal Nosekopf Digger oh mein Gott Digger ich hab mich nach Westafrika geflogen ah wie mir alle meine Kitzel geklaut wurden kann man an seine Patronen rum kroner langweilig kroner langweilig Digger ja auch kann man hier eigentlich ein Quote machen die Rechte so ist schnell strike deine Mutter die Wischenstreit 4 2 jedes Mal wenn wir jetzt einen Strike bekommen, dann mache ich einen Strike Na was? Du hast deine Beine geschossen Lachen 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 wir mal was Spiele noch gleich Nein, ich bin gerade den Gruppenkeiler, wir machen es Ey, ich bin so schlecht Ja, und jetzt tot Wir sind richtig schlecht Deine Mutter schlecht im Bett Gruppenkeiler Natürlich, Digga So schnell Dein Vater ist schlecht Strike Strike Wir kriegen so Oh, ich mache jetzt ein Brot lecker zu essen Strike Strike, direkt Strike Das Night, Digga Strike You want a Strike? I want some I give you Strike Nein Ich will noch einen geilen Sniper raushauen Oh, jetzt gucken wir uns wieder null zuschauer zu, man Direkt den Stream beenden Nein, Digga Doch Wenn du immer Stream endest, dann kann das auch keiner zugucken Dann kann das auch keiner zugucken Hä, wie denn Digga? Wie ich Stream schaue? Strike Das war nur meine Dachbeleidigung Cut Ich habe jetzt einen geilen No-Skop raus Digga, was machst du? Junge, guck jetzt mal im fließigsten rüber Du bist so ein behinderter Schmuck Ja, bin ich Ja, bist du ein behinderter? Ja, das bist du Hast du Fischer? Hast du Fischer? Hast du Fischer? Ja, bist du ein behinderter? Ja, du bist ein behinderter Hast du Fischer? Nennt an mir Nö Mutte Strike 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 Ja, wer ist ein behinderter? Ja, wei, ja, du Bitte hör auf damit Ja, wer ist ein behinderter? Ja, du Ja, wer Ja Du Stell dir vor Stell dir vor Stell dir vor Du sagst zu deinem Hund Ja, wer ist ein Feiner? Und er sagt, du War das witzig? Nein Ich bin eine Angel Ich bin alle Alle, die meine Witze hören deabonnieren uns Safe Nicht unser Content ist der Grund, warum uns alle Die Abonnenten kommen wegen mir und sie gehen wieder wegen dir Ja Ja Du bringst die Leute ran, ich lass sie wieder verschwinden auf magische Weise Ist da hinten eine Angel oder schon? Magische Weise Ist da hinten eine Angel? Jo, juhu Schaffer ist eine Angel Das Ding ist... Das Schnauze Schnauze Das hat mehr Abonnenten als wir Schon traurig Wollen wir mal anstrengen? Ja, lass ihn mal anstrengen ab ja also klar Leute allo das dien habt ihr auch Kikok? habt ihr auch Kikok? ja natürlich ja auch gerne ich pushe euch ich brauche ne Angel habt ihr mich auch auf Kikok abonniert? natürlich ja gerne guck ich euch ich pushe euch Ich fühle euch. Ich finde keine Dinge anders. Ich werde zu verrecken. I try your best, but you don't succeed. I cry your best. I try your best. I cry your best, but you don't succeed. I try your best, but you don't succeed. 1, 2, 3, 4, 5. Und das muss ich überlegen. Oh, das ist nämlich. Da muss ich nicht das Bullshit machen. Ich, ne? Nicht du, ich. Nein, ich. 1, 2, 3, 4. Ey, das nicht kann ich uns pushen. Ich stehe wieder dran. Habt ihr denn auch Kikok? Das überlebe ich nicht, oder was? Das überlebe ich nicht. Aber, Digga. Clip, clip, clip. Leute, clip. Verstehst du? Verstehst du? Oh, mit so viele Schuhe, die clippen, ne? Oh, mein Gott. Leute, clip, clip. Wir haben vier Abonnenten. Leute, clip. Wir werden jetzt auch TikTok famous. Nein, erst wenn er uns pusht. Wir werden... Wir machen TikToks mit ihm. Wie wir unsere Schnodder essen, Digga. Geil. Wir machen ein Duett. Ja, Leute, wir essen heute unsere Schnodder. 1, 2, 3, 4, 5. Fahrgeschafft. Ich hab die Aufgabe endlich fertig. Da muss ich los. Da muss ich los. Jo, Leute. Hallo, Leute. Alter, die da auf dem Dingsen hocken, ne? Wie seid ihr gestorben? Genau da, wo du jetzt hinkuckst. Geh zum Fick. Ja, Puschel uns, Digga. Stell dir das mal vor. Das wär schon traurig. Sag mal ehrlich, das wär schon traurig. Ich hab dir doch alles für Kickhawk heruntergeladen und mich abonniere. Ja. Auf Kickhawk. Auf Kickhawk. Ja, fein. Wer hat mich auf Kickhawk abonniert? Ich, 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 ich. Ich, ich, ich. Warte, ich geh. Ja, Lapp muss ich euch, Digga, er mit seinen 130 Abonnenten. Schon traurig. Wir dürfen, wir dürfen eigentlich nicht lachen. Digga, wir haben weniger als er. Nein. Deswegen ist das ja so witzig. Schon traurig, Digga, dass wir normale Menschen sind, wenn er behindert ist. Schon traurig, dass wir normale Menschen sind und weniger Abonnenten haben als ein Behinderter. Ich bin so schlecht. Tobi, bist du noch da? Er ist verstorz. Tobi, versteh, kennst du, du kennst doch diesen DAS-DIN. Nummer 11, Thor. Boah. Deine Lacherreger. Asma. Und die normalen. Er pusht uns. Er pusht uns. Wenn das so wäre, dann würde ich aber dieses Maximale aufgehen, ne? Dann würde ich aus dem Fenster springen. Dann würd ich aus dem Fenster springen. Hier könntest du dann nur noch auf e-bay sehen. Ja. Wo nicht los draufsteht. Die ganze Zeit fliegen hier mit... Fliegen mit einer Seilbahn. Rutschen mit einer Seilbahn. Ich wollte fliegen mit einer Seilbahn sagen. Nein. Fliegen mit einer Seilbahn. Nein. Natürlich länger. Lass mich mal. Warum bin ich so was mitzunehmen? Warum lachst du? Ich hab lacht. Ich hab lacht. Mit der Gängung. Inhaliert. Sorry. Ich hab drei Leute aufs Nehmen. Ich hab keine Metz mehr. 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 Nö. Ich hab mich nur gefragt wie gebrochen. Oh mein Gott. Ich hab trotzdem noch zwei Hubs genommen von denen. Ich hab keine Metz mehr damit. Ich hab's gut überstanden. Ich hab mehr Abonnenten als vier. Rieb mich am Arsch. Ach man ich hab zwei Leute ran zuerst. Komm mach den letzten Kill Niklas. Ich mach den letzten Kill. Ich mach ihn. Ja komm. Mann. Ja hollo. Das ist so ein Bastard ne. Ja hollo. Das ist so ein Bastard ne. Oh mein Gott alter. Traurig so was. Traurig. Warum lachst du? Das ist ja nicht mal witzig. Das ist schon traurig. Ja hollo. Es ist ja so ein Bastard. Ja hollo. Oh mein Gott. Ja hollo. Ja hollo. Ja hollo. Hör mal auf dich Digger Tobi, ich lade dich ein Tobi Hallo Ich schreib ihn jetzt an ob er uns pushen kann Lass mal zu Tobi rein, ich lade dich ein Ich gucke noch eine Runde Ja ich gucke zu Läck das, ich lade dich ein The road, the road, the road Ich frag jetzt ob er es pusht Woher antwortet uns? Helfer pushtos Hat die dann auch alleartig gekockt? Ja du kannst mir doch gar nicht mehr zugucken, sieht das gar nicht mehr an Doch, ich komm nicht lang Mach es mal leise Machst du vier Kommentare Kannst du meinen Kanal pushen? Was heißt Pussen? Mama, was heißt Pussen? Alter Mama, warum filmst du das und lädst es hoch? Ist heute nichts aufgefallen? Ist euch nichts aufgefallen? Warum Digger? Fabulös, schmeckt's Hab ich geschrien? Hab ich geschrien? Hahaha 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 Du liest es sofort, Digger Hahaha Hahaha Schmeck Hahaha Du schreit, du sagst doch schmeckt und dann checkst du es erst Hahaha 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 Ich krieg kühlt Hahaha 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 Lass mich Aua mein Bauch Ich krieg keine Luft Ich auch nicht Hahaha Hahahaha Ach ne Hahaha Hahahaha Hahaha Hahahaha Hahahaha Mach mal das Youtube aus Hahahaha Schmeckt's Oh Tobi Hahahaha 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 Okay, okay, chill Oh Was? Tobi, was? Da Platz 25 läuft. Schmeckt. Du liest es so vor, schmeckt. Achso. Okay, reicht jetzt. Ja, reicht. Party! Okay, jetzt ist wieder gut. Ich hab den Tanzen. Ich hab den Tanzen drauf. Können wir... Vielleicht... Keine Gruppenkalle, nein. Doch, einmal noch. Ja, der macht kurz alleine Gruppen, keinen Spiel, ich noch eine Runde alleine. Ich hab keinen Bock auf Gruppenkalle. Niklas, lass es hier machen. Ja, dann macht ihr, dann macht ihr du und ich mach meine. Ja, okay. Schmeckt's. Ja. Schmeckt's. Mann, ich heul. Schmeckt's. Oh, oh, abu. Niklas, du musst jetzt kurz den Maul halten. Ich und Tobi müssen kurz was Wichtiges machen. Warum? Was ist denn? Alles gut. Ich glaube. Echt jetzt? Ja, wir müssen jetzt mal kurz eine Runde Arena spielen hier. Ich hab 2310 Punkte. Das... Du kannst diesen Spielmodus derzeit nicht spielen, Tobi, mach mich mal Gruppen an den Führer. Okay, oh mein Gott, endlich. Ich hab einen Spruch. Warum muss ich los? Schmeckt's? Ja, halt, endlich. Okay. Okay. Das ist... Ich hoffe, er reagiert auf unseren Stream. Ja. Safe. Da. Ja, ist so schön lange. Ich hab mal vorher reagiert wirklich auf unseren. Jo, Leute, wie kannst du den neuen Kick haben? Wolltest du reagieren wie auf zwei Leute? Nein. 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 Das ist voll. Warum brauch ich mich nicht? Halt auf damit, Niklas. Ich hab... Ey, ich hab keine Lage, ich muss nur auf den Dritten. Ich mach's dir. Nein. Was hab's? Also lap ich mit den... Na, ich hab dich auch nicht so ne Kuh... Ja, ja, ja. Okay, sei jetzt gut. Okay. Mach das aus jetzt. Okay. Hör mal auf. Schau. Das war deine Lachpflicht des Todes. Okay. Wie du jetzt alle Tick, äh, Dingens vor, die es kommen ins Haare und dann schmeckt's. Vielleicht kommt der Lachflasch. Ja. Ist der Lachflasch schon so? Psch, psch, psch. Psch, psch. Was heißt? Wie ist das? Mau. Hä? Ist es schon da? Nein. Jetzt kommt's. Warte. Hör lauter. Jetzt. Weißt du, wie traurig das ist? Wir reackten gerade auf unseren eigenen Stream. Wir reackten gerade auf unseren Stream. Ja, egal. Wie ist das denn zuvor? Das ist deine Lache, Dicker. Was ist der hier? Mein Lachflasch. Schmeckt das? Wollen wir keine Masterkarten ziehen? Ja, du sagst, du schmeißt, und dann kriegst du sie erst. Hä? 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 Wir holen so, Niklas. So, dass man... Strike! Wiederholt halt noch mal, wenn wir noch einen Strike bekommen. Okay, reicht jetzt, ne? Ja, reicht. Schmeckt's, alter. Dick, du hast seit dann erst gecheckt, du lest so verschmeckt's. Ach so! Dick, deine Reaktion von der Schildgröße. Ah. So macht eine Schildkröte, ne? Ah. Hast du schon mal eine Schildkröte gehört, die... Nein, ich hab gesagt, du hast eine Reaktionszeit von der Schildkröte. Ja, aber ich hab dir eine Schildkröte nachgemacht. Oh! 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 Nein. Okay, leider, z.B. Nein, das ist Stund nicht gleich. Oh! Das ist 4 Minuten. Das ist ein Check. Ja. War zu der Brauchbwader? Ja, hier, ach, ja. Das war eine Föderberhausbundherr? Das ist ein Z-Z-Z-Z-Z-Z. ja so lächerlich wenn so ein Behinderter uns pusht egal Haram wir lassen ihn wir gönn ihn wir klauen einfach sein Kanal oh mein Gott ich kann nicht mehr wir ziehen ihn den Kanal ab Lach mein Kanal oh nichts tun Lach 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 mein Kanal oh entschuldigung Lach haus jetzt ok wahrscheinlich entschuldigt er sich noch dafür dass wir ihn seinen Kanal weggenommen haben entschuldigung dass ich Kanal A öffnet habe ich habe die Leute aber könnte mir auf Kikok voll Lass ihn jetzt ja du selber ja lach ich gerade noch ja nein eh klar nein lach ich gerade jetzt in den Augen den Augenblick lach ich da wo die Schnauze die Deutschlehrer in dem in den Augenblick Tobi hat eine Granate oh in diesem Blick das Auge lach ich in diesem Augenblick Halt dein Maul dieser Blick des Auge lache ich du bist ein richtiger fetter Jude Strike Halt deine Schnauze 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 ich brauche eine Granate ich bin eine Granate wir bekommen wirklich für alles ein Strike Gefühl auch nicht schon wieder die zwei Spaten diese coolen diese coolen Kinder davon werden noch nicht gemacht Strike ich hab Granaten ja Währung gegen Hersteller von YouTube Strike Tobi ich muss hier kurz Briefkasten zerstören warte habe ich ich muss zwei zerstört ich muss kurz Briefkasten anzünden volle Aggressiva hier ja weißt du jetzt durch eine graue Waffe brauche ich keine graue ja in meinem Leben hast du hier noch irgend so einen einen schwarzen oh habe ich nicht schwarzen Briefkasten gesehen ne ich hab alles gut ich darf hier nicht tanzen nicht tanze hier trotzdem bad boy aber bad boy ich hab keine gefunden die hat auch keiner geredet doch wirklich du hast mit mir geredet du weißt du es ist immer noch nicht dunkel ja ich nehm die Granaten es ist schon 20 Uhr es ist 19.53 Uhr bitte verdreht die Zeit nicht hier 50 50 57 ne doch was soll ich machen wenn du ein Lukner die Zeit wurde umgestellt ne du ich schluss du ich schluss du ich schluss ich schluss Halt die Schnauze strike 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 ohne ne ja komm oh ach schon gesagt strike wird auch stehen dann wo ich dich nach vorne oh Gott oh oh goll du bist so wild alle bekommen ein strike ich hab keinen strike was warum soll ich eigentlich so ein sweater du sagst du spielst gucken kalte und sagst das sind so wetter dran du kannst du respawnen du Esel ne kann man eben nein kann ich eben nicht du kannst du respawnen ne ja nicht selber ja ich dachte du meinst du selber weißt du nein weißt du wie ich mein strike Tobi wollen wir gleich noch kurz kreativ alle only Sniper spielen nein eher doch dann spielen Tobi und ich als Sniper wenn du nicht willst nicht klar ja ich spiel also nicht mitnehmen wie die oben kann ich mitnehmen ok ja ja nicht das ist gerecht ich bin einfach okay ist gerecht aber das ist ja geklärt bei BG um ja soll ich den einen mitnehmen oder kannst du äh medizin brauchen wir nicht wahr wie viel bin ich hast du 2 ok warte ich nimm mal meine mit warte das wird die linkte einsamen ok ich hab markiert die Minis ja weil dann hab ich den Bigi mitgenommen ok hier sind auch noch Mini ah ich scheiß mal auf den Bigi ich hab noch ein Bigi oh Bigi Sven ja nimm du die mal dann nimm ich gegen medikit äh Dingens mit ok ach keiner hat die Null auf der Tasse gewählt ich bin noch ein Bigi Men ich hab schon zwei BG ist unten drei Minis noch ein Bigi aber ich bin ja die 1 nr 1 nr 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 ich hab 170 nr danke brauchst du Metz nr ich hab äh weiß voll ich brauche einen Stein mit dem Metall wenn man hat ich hab Metall 388 brauchst du ne okay ich hab 300 nr 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 ehrenwertiges Namen er hat den Namen gesprochen die Sturz auch hübschen Entschuldigung Hermann nr nr los nr 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 la 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 äh vor uns direkt erst alleine wollen wir ja ja komm laser one shot das frische laser one shot ich werde von irgendwo woanders angehütet habe ich noch neben uns er hat eine mening an er hat eine spitzige Headshot erst weiß sauber schönes Ding schönes Ding ich hab noch ein Jumppad Ska oh ja man ich bin mit euch guckst du mich gerade so in die Klasse nö ich angebracht hier praktisch für meinen guck mal überstehen mit komm mach hin mir ist noch ein bisschen mit ich bin cool mit Jumppad kann ich placen du hast du auch eins ich hab zwei ja ich kann nicht mal Fische angeln und bin gesprengt gib mir kurz eine Sekunde ich hab einfach einen mit der Granate geholt okay ich baue hoch ja ja ich bin die Arena aber überbau über wasser bau über wasser bau über wasser bau so hoch und die abend ja okay okay reicht geht durch macht dann vertreten komm ihren der hat so kann man kassiert aber wir wollen das er fast so kann man kassiert aber hier war ein Ort der Hälfte gedrückt wenn ich umgekehrt aber habe ich nicht mehr ordnungen beschweren haben wird und unten unten wo sind der Mahlbund kann es machen die Gier normal graue Fisch haben sich angewiesen Prozent aber übergehen oh mein Gott er hat fast und mein Gott habe Angst dass wir runterfallen okay von den Hohen und mehr da unten direkt Laser ich gehe pushen oder nein er muss in die Zone er muss in die Zone Niklas hat die Schnauze Nik komm in die Zone Tobi wir können die abfangen ich habe noch ein Biggie für dich oder brauchst du? aber noch nicht ich habe zwar ein Fisch noch über uns neuer die Arme wollen das muss kommen mit Schäden Aachen dann muss ich nur noch einmal eine Waffe auf großen Häuschen wieder zwei Aufgaben sie gestorben nicht tun wir gehen und die rechnen ich möchte alle feiten hier und ich gehe so durch und wollen wir runter okay er fliegt hier ja aber okay ich hab die katze oh mein gott wie weit er gesprungen ist ich hab keine sniper wollen wir nach unten ja wollen wir nach unten weil überall sind welche aber kommt mit dem mit dem es ist man schon so nicht und ich bin ich kann nicht mehr verleihen ich auch nicht du hast nicht mehr der Wiener war Nein Heute ist doch Dingens noch so ein Zock, oder? Wann hast du sie weggegeben? Sie, 16.30 habe ich sie abgegeben Achso, ja Abgegeben Hier fliegt jemand Über uns Hier fliegt die Leiter 24er Das ist das Ding Das Ding Das Ding Das Ding Das Ding Ich hab noch einen Schampag Aber Schießt er zu Er ist doch ein bisschen Ich bin weniger Er ist nicht mit weniger Aber man macht auch die aufpassen Das ist ja Das Ding Wir haben stehen, Leute Tui, wenn wir Glück haben, sind da jetzt Ausbau aus den zwei. Ich gehe auf den rechten, du drop. Ja, mach du. Geh du auf den linken. Schießt, kannst du den anderen auch noch abschießen. Nein, 4 auf 60 Materialien. Ich gehe auf den da hinten. Was kommt da raus? Rocket Launcher ist wichtig, oder? Naja, ähm, ich gebe mir Rocket Launcher. Arenas Rocket Launcher ist so wichtig. Jawoll. Ich spiel mit der Pump nicht. Komm. Ich spiel mit Tech. Lasst mich doch einfach dahin, Mann. Wir müssen weiter, jetzt schon mal. Ja, lass uns mal rückwärts auf High Ground, wir gehen. Da sind aber welche. Ja, die gehen da oben rauf. Und wir gehen von hier rauf. Ja, okay. Ich habe hier gewöhnt. Ja, ich sehe. Darf schießen? Schieb an der Kopf. Geh um auch. Äh, Laser. Der da um. Darum. Darum geht der auch. Ich habe die Fall von hier bekommen. Nicht los. Ich würde es jetzt an zu entscheiden. Er hat ihn geholt. Warte, warte, warte. Ja, perfekt. Lass mich doch einfach in Ruhe. Dann habe ich den schon wieder gelieft, Degar. Nein, den unten habe ich gefinisht. Ich muss mich kurz heilen. Ich muss doch nur noch diese eine Waffe aufrüsten. Wollen wir weg hin mit Dingens? Jump it? Ich habe noch einen Jump it. Ja, wenn du einfach fliegst. Ich flieg weg, ja? Ja. Abfall. Ich flieg weg. Komm auch. Wohin? Er hat mich geholt. Lass in den Wald erstmal rein. Wie die da kämpfen. Wie die mich abkämpfen wollen. Und dann mit der Ton reinfliegen. Ich habe endlich eine Hälfte. Ich habe den Rocket Launcher weggelegt, ja? Ja, vor mir. Close? Ja, hier. Mann! Ey, Digger! Ne, Klass. Sag mal kurz, ich bin zu leise. Ich würde jetzt gerne Double Heavy. Aber. Sag mal hier auf, bitte. Wurde markiert hat? Ah. Ah. Erpicken. Erpicken. Erpickel. Du komm. Ah, wo du geholt. Warte auf. Warte auf. Danke. Der hier noch. Der hier noch. Der hier noch. Okay. Zone. Wir müssen Zone. Der eine hat zwei 26er von mir bekommen. Das unter den gehen. das soll einfach nicht sein ich habe noch ein jump hat bringt jetzt halt aber null jetzt habe ich ausmess er hat dort nur stein wird hat hat auch nie Niklas kurz war die Waffe aufgerüstet war die Runde vorbei und ohne durchgehen mit eine Waffe hat mir halt noch gefehlt wir müssen mit der Zonen rotieren ja das steht ich komme zu dir einer bei mir direkt los ja er ballert auf mich okay ein anderer wurde gelasert hab ein hab ihn hab ihn ja sohne komm dein Leben Bruder oh mein Gott oh mein Gott da liegt ein Fischi da liegt ein Fischi komm her vier sogar gönn dir gönn dir warte manche die die Musik da liegt auch noch ne goldes Garnsona hab ich hab die Mühe nicht vergenommen ich hab ne goldene hast du gegessen? ja wir müssen jetzt mit der Zonen rotieren wo du ein Bogen? ich spiel nicht mit Bogen ich komm zu dir ich komm zu dir pass auf von links kommt noch welche ne Tobi ja unter uns oh mein Gott er hat ein 37er bekommen ok er hat ein 37er bekommen ok pass auf dass du nicht gesnipet hast ne oh noch push nein nein warte noch komm uns äh 35er wir müssen mitholen uuuuh hinter uns Tobi wir müssen in die Zonen ich konnte noch rechtzeitig bauen ich bin in deren Box also von von Gegnern über mir ich hab mich äh in die Zonen getötet also ich töte mich grad in der Zonen oh mein Gott so wohl im Sohn bei mir Sorg-Herz-Fürdechen hinter mir über mir über mir ich hab mich eingetört ja ja noch vielleicht keiner mit ne ich auch nicht die 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 ha bei mir in es in Noct, oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Digger, wie? Ich dachte, das war World Cup. Alter, ich hab mich gerade gefühlt wie ein Wettkopf, wirklich. Hast du dir gewonnen? Ja. Loll. Wie viele kills hatte ich? Ich hatte 6. Wir haben getörtelt wie die Weltmeister. Wir haben wirklich getörtelt. Digga, die Rakete kam so an unseren Arsch. Digga, wir sind einfach rüber gesprungen. Über die Rakete. Division 6. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Jenny guckt mir zu, sie so, ich hätte schon gekotzt. Mir wird schlecht werden. Ja, weil ich zubauen war. Aber wir haben uns gegenseitig den Arsch gerettet, nur Niki, mit den Raketen, die kamen. Und dein Leben dicker, wo wir maximal am Limit waren. Ich guck so auf dein Leben. Ja, moin. 5 HP oder? 5 HP oder 5 HP. 5 HP oder 5 HP. Und ich so... Niklas, bist du gerade in der Runde? Nö. Aber ich muss noch ein paar Runden machen. Also mir fehlt noch zwei Aufgaben. Nein, komm jetzt rein. Nein. Okay, dann spielen wir noch eine. Dann spielen wir noch eine. Dann spielen wir noch eine. Wow, wo du auch schon steigst? Ich gehe ganz schnell eine rauchen. Und dann können wir... Oh Gott. Ist wieder zu viel für mich. Sag eine rauchen. Sag eine rauchen. Ey, hast du schon irgendwas fertig, Niklas von Dein? Ja. Soll die werden. Also 6, 2, 4 sind fertig? Ja. Überstolperung. Noch was? Ich guck noch meine Wiederholung an. Hab ich noch nicht. Ja, Mann. Schaden. Heli, Schiffsbrock, Yacht und Zapataich. Zapataich. Und vermeide Bot-Schaden. Und Fische essen. Ich glaube, das hast du aber nicht in der Arena gemacht. Wir fehlen jetzt noch zu stillen Gebäude mit Tanks. Und... Wir müssen noch spielen. Aber auch noch spielen. Habe ich gleich schon fertig. Digga, das war wieder zu viel für mich, dieser Sieg. Habt ihr so krass gespielt? Wir haben das mega krass gespielt. Wir haben unser Leben getörtet. Lol. Auf dem Aufkasten. Wir haben wieder einen Zuschauer. Wuhu. Echt? Ja. Ja. Ich weiß auch, glaub ich, wer. Wer? Tobi war? Dein Bruder hat einer rauchen liegt. Was? Ich denke mal vor. Irgendwie korrekt, aber irgendwie traurig. Dass wir nur einen Zuschauer haben, wenn einer rauchen liegt. Hä? Aber als schon mal aber. Hat er tatsächlich schon abonniert? Ja, glaub schon. Wenn nicht alle, dann gibt's aber ja. Ja. Stadest. 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 Kommst du denn? Und wie zu 베iel? Der wird bei dann haben. Guck mir eine Sonnende zu. Weil ich sicher nicht. Na ich will doch nicht. Ok? Eine andere wurde gelängert. Ey, war ich so gut entrer! Na? Na follower, schlägt das nicht. Nein. Ach wir mal komischセпри Employee zu. es waren so viele dinge hatte sechs kills und ein epischen ja und das waren maximale schwitzer das waren noch 20 leute in so einer endzone ja du hast einfach daneben sohn so ein video auf englisch digga ich habe mir gerade fragen warum ist hier mein gegner genau in unserer stadt war das gegner und aber ich will auch möchte ich noch schimmig so kraftvoll akkampen und Ja, ne, ne, warte noch. 535 noch. Äh... Uhhh, zu The Rick komme ich nicht, ne? Äh, hat das jetzt gezählt? Hä, warum zählt das nicht? Um eine Waffe umzurüsten? Ja, hab ich doch! Also, wir mal erklären, worum es nicht geht. Ich glaube, es geht in den normalen Modus. Hä? Scheiße. Das geht, glaube ich, nur in den normalen Modus aufzurüsten. Das geht, glaube ich, nur in den normalen Modus aufzurüsten. Hä? 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 Ich muss mal ein Runde-Büro spielen. Ich muss mal ein Runde-Büro spielen. Nein, dengen uns ist gleich da. Komm doch einfach bei uns rein. Was? Okay, wenn nicht. Äh, auch dann. Was denn für welche? Ähm, ich muss einmal eine graue Waffe. Ja, wow. Und, äh, noch, äh, sechs Gebäude mit diesem Tanks zu schlagen. Oh, ne, da müssen wir ja The Rick, wa? Mhm. Mhm. Geh du The Rick, wir gehen denn auch in der Nähe da. Hm. Tschö. Also, doctor. Los. Tschön. Das ist die Filme. Nö, das ist die Filme. Das ist die Filme. Den? Ich habe den Filme. Ja, ich habe den Filme. Ja, ich habe den Filme. Ich bin hier dran. Mama? Oh mein Gott! 1 er weiß so stell dir mal vor er pusht uns wirklich nicht schon wieder haben wir aufgeklärt ich hab gerade lachen wir haben 5 Abonnenten scheiße noch mal die hälfte und dann müssen wir was verlosen was irgendwie ein kuschelt ich hab schon unser erster stream hat er unser erster stream hat sechs aufrufe junge 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 ja 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 Das war's für heute. ich bin so halb übrigens guck mal meine Level an na uuuh lasst ihn spielen ich mache Tobi die Runde dicker ich freue mich schon die Hand ich freue mich immer noch mal ich habe Jenny auch die ganze Zeit vollgefallen, ich habe so gut gespielt ich habe gar nicht durchgeblickt bei deinen Knöpfen, die du gedrückt hast wie die Bebaut auf deine Augen aber heute kann ich nicht so lange spielen weil Momo kommt, schläft heute ja wieder zu Hause, weil er morgen arbeiten muss bis 22 Uhr kann ich ja ist doch okay, oder? ja übertrotend da wie nach euch wird List Spiegel aber alles ist nicht verhofft wie sie ab und 10 die Stücke wir haben fünf Abonnenten Junge 10 das wir wollen wir dann kürzlich hier von dir oder treibern oder Mutter Tochter was guckst du denn da? Barbie. Das ist Barbie. 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 I'm a Barbie girl. I'm a Barbie world. Aber ich weiß ja, ob ich da alleine überlebe. Wegen dieser TNT. Ich schaffe sie schon. Ich gehe Slurpy. Okay. I'm a Barbie girl. I'm a Barbie world. Dings, könnt ihr eine graue Waffe vielleicht behalten, wenn ihr eine findet? Ja, ich gehe... Ich muss halt dreimal upgraden. I'm a Barbie girl. I'm a Barbie world. Fantastisch. Ich will nicht. Digga, wir haben heute zwei epische geholt, mit das alles, du jetzt nicht, aber ich. Zwei epische. Oh Gott, hier komm welche mit, ich kann halt, glaube ich, aber... Ne, ich glaube, ich werde sterben, ob ich... Versuch trotzdem... Die Aufnahme in ganz dem Team. Nein, klar. Jetzt frag nicht, ob wir deine Karte holen können. Nein. Mösschen und gar ich werde einfach ein paar Toten Toton so gut haben Oma geht gut am nächsten 6 Uhr oder kaputt gehen du musst du zuerst auf 50 hätten oder 100 habe ich auch so gemacht ich habe mich der Beste um mein Gott habe ihn geholt gut ja er hat die Hälfte Ehrenmann eine Hälfte Sniper, der guckt sein Leben an, Alter ein Heavy und du bist weg, ja er muss sich nur angucken und du bist weg er muss mich am Pupsen am Furzen wenn du mitkommst oh Niklas, wenn du hier, oh ja, Digga, das sind die krassensten Sweater, er lacht mich aus er verhört mich, er denkt, ihr seid in der Nähe er denkt, da muss ich auch denken, seine Mates sind zu 500.000 Meter von ihm weg ich habe ihn alleine gelassen, Anti-Mates ja, Mann geht das eigentlich auch, wenn ich meine eigenen Gebäudehütte nein kann ich fange in meine Karte in wo sind hier die angebliche Kiste, Digga ah ah die kennen wir ja zu gut, ne weil es noch vorhin wir ach so und du erstmal verhören ja ich verhören, ne ja ja Tobi nein 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 guck und zu ne ok, wenn wir jetzt ein epischen holen ja, bin ich ne, ich brauch keinen hab schon genug eh, abgehoben ja ich bin abgehoben ja bitte ich bitte ich oh ja ich bin abgehoben bitte ich mach die Scheiße aus mach mal die Scheiße aus ja ja ich bin abgehoben ja ich bin abgehoben ja ich bin abgehoben ich bin abgehoben mach die Scheiße aus ja ja aber mitsingen tödlich ich mach mit dir an, ok was machst du an? mit dir kenn ich nicht klar halt die Weltkürz und wirken kenn ich nicht einfach nicht was hast du für eine drecksmusik hast du liebeskummer wenn kaira dein vater kaira 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 niklas sie ist die gazelle und du bist der löwe guckt jenny die dazu die bütze macht ihr ein tattoo meine jungs am laufen meine jungs das ist das ist ein getruncker schaffte ich mein führerschein ja ich bin abgehoben ja ich bin abgehoben die kashin mieter kashin mieter ist und mein ding im baum stadt die k schweb die 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 ja er ist der aus dem Scheiß nicht er hat er hat die Garten er die Ich bin da und ich bin da. Buh, 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 buh. Du bist da, wie war ich, oder? Das ist das. Ja. ja freundlich ein Schuss getroffen der No-Hand Abo-Dekker, Tobi, halbe Festung oder was? Sehe ich auch so, Tobi, also Sehe ich auch so, Tobi, ich hab noch einen Biggie, ne? Ich hab auch drei Biggies Ich hab vier Minis, ja Warte, ich bin mir gleich ein Mini von dir Ich hab mir mal einen Mini Ja, zwei Sachen Ach du Scheiße LOL Digga, was ist das für ein Scheiß Lied? Ich kenne es nicht Ja, na, Niki Oh, von hier? Von hier wurdest du grad angeschossen Das ist cool, ja Ja, hier, drei Leute Ich kenne das Lied nicht und ihr kennt das Lied Ja, dein Bruder kennt das auch ein Ja, dein Bruder kennt das auch ein Er hat so einen fetten Hit gedrückt Dein Bruder sagt ihn Einer hat einen Hit bekommen So, was er macht Ja, das Larry Den hat so einen Er hat so einen die Welt ein Pferd noch Nordkampf Acht haben gebraucht ja war auch ich musste nachlegen kann sich mal diese scheiß Lieder ausmachen Du bist scheiße, mach die scheiße jetzt aus. Du bist scheiße, mach die scheiße. Die scheiße jetzt aus. Boah, jetzt geht's ab, ich schwör's dir. Das Maul. Lass mal kreativ spielen. Additude, Snicky. Ja. Ich bin süß. Keine andere Colorfax, Gippy. Ey, 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 ey. Was ist das für ein? Ach so, Schirindee, das kenne ich ja noch. Du bist so sexy, der Papa hat ihn getromtisch. All super sexy, du weißt. All super sexy, du weißt. Gib ihm, 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 Gib doggie 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 der erste blick und der erste kontakt ich hoffe ich werde jetzt schwach ich laufe aus und ich will es jetzt das kann ich ausländisch komm jetzt rein komm jetzt rein like dog, like dog, like dog, like dog Niklas ok wir spielen ohne dich, Tobi mach bereit nein nein guck mich an, guck mal Oli hüpft vor du hast jetzt den Oli Oli Niklas drück ready Niklas drück ready Digla was machst du? Ich spiele Ich spiele Doch komm mal Sniper Du darfst mit einem Waffen spiel, wolltest du doch Digga nein Komm jetzt Komm mal jetzt der Digga Oh my god Was ist das? Nein komm mal jetzt der Digga, schwöre komm Oh 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 Das ist schon Hör Der Digga geht auch nicht, warte mal Ey Kreativ Niklas komm mal rein Nein Digga wow Digga dann nichts Arena wieder? Ja Der Herr will ja nicht Niklas ich stumm dich jetzt So gehst du mir auf den Sack So Ganz einfach gestummt Hä? Ja Ich bin jetzt auf die Hämmer grad Ja Niki du sollst Niki ein Stub um dann doch er wird um jemanden telefoniert ich weiß nicht mit wem es sei mit jemandem telefoniert ist mir egal nein ich höre auf der Wiener hat um jemanden telefoniert ob er online kommt das sollst du dich entstummt mach ich nicht wie sich das andere hat dieses andere verräterhafte das riecht gutes Ding ne Lack wo er ist leise guck mal wieder stumm direkt wieder stumm nein auch mal ein paar wir sind doch nur dreckig ja okay wenn ich jetzt unser Vertrieb nach Abgaben ja die die Wüste die Wüste raus die Wüste raus die Wüste raus die Wüste raus sehr klar ja immer gerne ja ist die blaue ja Niklas nein Digga ich will nichts mehr von dir hören Schatzi die Schnauze nein Schatzi ich mach gleich Schluss nein Digga sie kommt jetzt um 20.36 Uhr online oder was war setzlos ey es ist dunkel geworden bisschen er ist komplett dunkel er sagt bisschen ich seh schon die Sterne er sagt bisschen dunkel geworden weil mir ist weil mir scheint noch die Sonne scheiß KMN Gang Wer hat denn die Musik an? Niklas äh nicht ich mal kurz einer bitte leise machen ja Niklas sage ich dir schon die ganze Zeit und er macht es immer noch an er macht es immer noch an aus dem Hohen Sohn danke ja weil ich sag zum anderen Ton nicht, die nicht so wie du ja er sagt es nett er hat sie immer noch an 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 ich hab sie auch 30 Prozent wann kommt sie denn an jetzt wenn du früh sterben möchtest musst du nur was sagen ich will früh sterben ja du nicht hier aber ich meinte ja ich deine Freundin deine Freundin sieht sich aus er kommt und er guckt du denkst sogar Kaira Kaira ein Mädchen 5 ah ok hallo Adolf jetzt ja warte so gut nein dann kick ihm dann mach ich das Schatzi ich kick ihn ich bin hier am hassen ich bin ein Geld verdienen ich bin am arbeiten ja Schatzi Schatzi schenk mir ein Foto ausländer raus so jetzt kann es weitergehen keine ahnung von niklas und kumpel niklas ist ein idiot und ist gerade im spielschät und er checkt es wieder nicht niklas so ein idiot und dann sagt er ob es sagt mich mal wie du mal hier drüben bitte ich gehe hier lupen dankeschön manche du bist die beste auf der ganzen welt ich wurde rausgekickt wie ich wurde rausgekickt mich verarscht ich bin ich alleine in der arena oder was äh nikki ernsthaft jetzt dass du rausgekickt wurdest ja ich wurde rausgekickt ich habe dir kein wort warum keine ahnung ich habe gerade eine grüne tag aufgehoben habe mich umgedreht wo ich rausgekriegt also ich sehe gerade an wer der liga division 6 ich guck mal warum egal gehe ich auf punkte ich bekomme ich bekomme die ähnliche ich bekomme die ähnliche ich bekomme ich habe drei Punkte Fehler konnte 91 ich deine mutter sind fehler ich bin glaube ich habe die vierte ich bin bei der liga ist das spiel ich jetzt bei denen ja nein sie spielt auf switch mit das karten runde er spielt mit ihr der hund warte kurz mit das ich merke mir alles was machst du schluss schatzi 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 schenk mir ein Foto hab ich dir schon ja ich ruf jemand an aber ich geh nicht ran weil ich ein Bett wollte ok Tobi kommt auch jetzt rein gleich ich wurde aus der Runde gekickt ach du bist so schlicht halt dein Vater schlicht oh ja ich weiß hoffe ich doch ich mach Musik hier aber anders noch nicht ich geh direkt wieder Partychat Digga ja tschau tschüss so wird immer nervige Leute los halt die Schnauze nervt mich nervt mich kann jemand uns supporten wir haben einen Zuschauer abonniere ah ja kaira scheiße schicke dir gleich den Link und dann weil wir haben uns einen Youtube Kanal erstellt abonniere bei 10 Abonnenten kommt ein giveaway nein nein bei 10 Abonnenten kommt was krasses auf dich zu ne verlosung wir haben schon 5 jetzt fehlen uns noch mal 5 korrekter Typ machst du das? korrekt 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 ey wir müssen ey wir müssen warte wir müssen wir müssen eine neue Party machen definitiv dein Freund den ich gekickt habe der schreibt soll ich die 10 Abonnenten für dich voll machen mach eine neue Party Digga neue Party wir müssen ihn einladen Digga wir müssen ihn erinnern wir müssen ihn erinnern wir müssen ihn erinnern oh fuck ja keine Ahnung alles deine Schuld Niklas Schatzi Schatzi schenk mir ein Foto Halt das Maul vor ich dein Gesicht spucke vor ich deine Pickel ausdrücke Ich hab eine mit doch doch Quartraum ja Tobi du bist noch in der Runde wahr? nur so weil wir warten im Spiel ich hab dann gleich auf dich mit oh wie cute Mediket boom 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 ne Schatzi schenk mir ein Foto mal deine Fresse jetzt mit Schatzemut Schatzi Baby Baby ich lebe dich oh god Baby wir haben 8 Abonnenten Digga 8 Abonnenten oho er pusht 8 Abonnenten 8 Abonnenten mein bester Freund das Ding ist big äh ich hab aber auch das Ding pusht der Abonnenten oder was ja wir haben das Ding wieder ey ähm Daumen hoch ich hab ein Kumpel der hat 600 Abonnenten ne sag dir mal er soll uns pushen wir haben 9 oho es geht aber auch hier wir haben 9 Abonnenten und ein Like von sein Elter und so von seiner Opa stell mal vor ein Abonnent von uns ein Abonnent oh wir haben 10 Abonnenten geknackt ne ok hol dein Kuschelchen von früher soll ich Party 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 ja mach mal ne neue komm Party aber nein doch Party doch nur 10 Abonnenten 10 Abonnenten ja sag äh Leute oder wie viele gucken wir gerade zu so nulum dann nur abonnenten beste Abonnenten ne quele 10 Abonnenten alter Junge wir sind krass itted wiesoabe ich das gedacht nur 공 party Party ich hab auch mal Partie für die 10 wir brauchen 11 Abonnenten oh shit Niklas Part Partie Partie nein 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 was anderes 10 Abonnenten Partie oh mein großer Bruder Tobi wir haben die 10 Abonnenten geknackt Tobi wir haben die 10 Abonnenten geknackt jetzt kommt die karte Verlosung das war so ein Schaden 10 Abonnenten Daumen hoch nur dank meinen Freunden Tobi Like 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 158 Oh ne ja moin Ich bin, ich bin auf diesem Party-Lied, ich seh' 188.000. Pika, ich denk mir sowas jetzt, was geht jetzt ab, Digger? Entschuldigung? Party? Ja. Ja! Mein erster Gegner zu der Team ist ja schladell. Ja, ich bin in Ordnung. Nein! Mach mal kurz auf, Digger! Oh, ich hab' 18, wir haben 18, hat er gesagt. Haben wir 18? Nee. Nein! Nein! Digger, wir haben 18. Niklas, wir haben 18. Junge, 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 Junge. Ja, jetzt, ihr müsst alle, ihr müsst alle spenden. Spendet! Was? Die Kille kommt mir zu. Einer. Wow! Und ist dein Freund. Wir haben 18 Abonnenten. Junge, Junge, Junge. Ja. Äh, Dings, sag mal, er soll Gruppe kommen. Er hört dich doch. Ach so, Finn, komm mal in die Gruppe. Nein! Aber er meint, Hurensohn zu dir. Finn. Ich kenn' früher einen, Finn, der hatte so ne Brille und war richtig fett. Das ist so einer. Mh, oh nein. Es ist... Der hat Brille und ist fett. Direkt wieder D, aber jetzt haben wir gleich nur noch Finn. Da ist er. Da ist er, unser Held. Oh, Finn. Oh, Finn. 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 Er redet mich auch mit ihm. Ah, weil er uns hasst. Finn, Finn. Finn, Finn. Wir sind ja nur noch 5 Abonnenten. Pass auf! Wir sind so alle Abos geht rund. Muss los. Unser Held. Unser Held. Unser Held. Unser Held. Unser Held. Junge, Junge, Junge. Deswegen haben wir jetzt 18 Abonnenten und kein' dazu. Zwei gucken uns zu. Ach du Scheiße, Digga. Oha. Ach du Scheiße. Überforderung. 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 Scheiße. Ja, lass kreativ spielen. Alter, wir haben die zwei Leute zu tun. Ja, mach das jetzt nicht an. Ich bin doch gut bei Rauchen. Ja. Ich bin doch gerade. Ey. Mach mal kreativ. Mach eben Solo, ich bin jetzt 5 Leute bei mir drin. Mein Bruder hat Bock auf kreativ, mach mal kreativ. Sniper alle. Nicht was, dann zeig ich dir, wenn man richtig snipet. Nein. Doch, komm. Nein. Mach mal, Digga, willst du zu 5, willst du Gruppenkeile spielen? Nein. Ja. Ah, du kleine Schlitz. Ich fick deine Mutter. Niklas, du bist ein kleiner Win, sondern ich fick deine fette Mutter. Niklas, wehe. 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 Niklas, es reicht. Wehe. Wehe. Wehe Leute. Reicht jetzt. Kann nicht. Wirh anhören. Wirh. Wirh e Calle. Wirh. 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 Vielen Dank. 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 Ja. 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 Ohne bauen, ne? Ja.